und damit hallo und herzlich willkommen hier zu den öPNV news ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen ausgaben von dieser woche so einiges ist passiert deswegen ganz kurz fassen also legen wir gleich los mit dem train simulator von doof day games und hier gab es eine neuer ankündigung seitens von just trains und zwar geht es hier um die metropolitan line eine londoner u-bahn für den train simulator 2019 wurde jetzt dementsprechend angekündigt das ganze soll wohl noch 2019 erscheinen würden wir ziemlich cool finden da jetzt so der nahverkehr jetzt nicht groß in den train simulator mit integriert ist aber jetzt so langsam was ich hier kommt der ein oder andere vielleicht jetzt um die ecke und sagt jetzt so okay dann basteln wir doch was ich sage bloß berlin s25 das wird das wird gigantisch und jetzt kommt halt die londoner u-bahn jetzt ja auch wohl in den train simulator 2019 das ganze anschauen wenn euch dementsprechend auf dem laufenden halten das ganze findet ihr natürlich wieder mal unten in der video beschreibung da gibt es natürlich noch viele viele weitere bilder also schaut da am besten mal vorbei und wenn wir schon am dreien simulator sind kann man hier gleich das neue addon jetzt sicher noch schnell vorstellen und zwar handelt es sich hierbei um die elektro motiv classic sw 1200 den dieselswitcher der jetzt auf steam erschienen ist könnt ihr euch kaufen für den train simulator 2019 tja sieht auf jeden fall sehr edel aus sehr hochwertig aber man ist eigentlich mittlerweile nichts mehr anderes gewöhnt wenn es um den train simulator geht wir haben als nächstes ein weiteres neues update für das um sie zwei bremen nord addon wird es jetzt sowohl in der nächsten zeit erscheinen wird auf jeden fall ist die liste ziemlich lang die jetzt hier gepatcht worden ist oder gepatcht wird und zwar komplett neu ist bremen nord 2017 welches die erste version der erweiterung bremen nord modern ist hier wird auf jeden fall die linie 97 und 99 eingestellt und neue spielbare linien wären denn jetzt die 95 die 96 die 98 sowie wo neue visualisierung des busbahnhofs blumenthal vorgenommen weiterhin gibt es natürlich noch neue repaints für den a37 und den a40 und performance optimierung wurden natürlich auch getätigt und hier geht es direkt um speziell die überarbeitung abschnitt bahnhof blumenthal nach bahnhof klinikum bremen nord und abschnitt bahnhof aumunds richtung aumunde heide und sonst gibt es hier noch weitere fixes ja die jetzt hier in den neuen bremen nord addon patch erscheinen werden ihr seht das ist schon eine ganze latte das ganze wie gesagt könnt ihr euch natürlich hier wieder in der video beschreibung anschauen handelt sich natürlich aber um eine facebook seite also ihr müsst nicht registriert sein drückt einfach jetzt nicht und dann könnt ihr da ein bisschen runter scrollen und dann könnt ihr das ganze lesen also und die größte neuerung ist natürlich dass das ganze jetzt wohl auch für den busbetriebssumulator einsetzbar ist bremen und weiteres ist natürlich ein neues update führen dass um sie zwei wuppertal addon wird das jetzt erschienen ist und zwar handelt es sich hierbei um ja kleine wie so alle sachen würde ich jetzt sagen kleinere bug fixes am c2g und le wurden getätigt neue kamera perspektiven wohin hinzugefügt und wir können jetzt die auslackierung anpassen und sie können sogar die infamheit individuell jetzt anpassen ja wer das ganze vielleicht wird das ganze interessiert der kann sich da auf jeden fall das ganze mal anschauen wir werden mal gucken dass wir jetzt mal so zeitnah endlich mal auch mal wuppertal hier auf den kanal bringen und wer natürlich ein bisschen aufgepasst hat der weiß natürlich ich hatte ja vor einiger zeit in den news gesagt habe dass der thema studios nicht auf der gamescom vertreten sein wird und dass die auf jeden fall was eigenes planen und da ist es thema studios plant was wirklich was eigenes und zwar handelt es sich hierbei um die death diaries sagen wir 2019 insgesamt für das ganze in drei folgen ausgestrahlt in der ersten folge handelt es sich dabei um das addon paris wird es jetzt für den fernbussimulator erscheinen soll welche folge natürlich auch schon online ist die könnt ihr euch natürlich dementsprechend schon anschauen geht hier unten am besten über die video beschreibung einfach mal vorbei in der zweiten folge wird der neue bus vorgestellt der für den tourist basse monate und den fernbussimulator erscheint und in der dritten und letzten folge gibt es natürlich neuigkeiten von sebas ja da freuen wir uns natürlich auch schon sehr drauf das neue addon von fernbussimulator sieht sehr sehr gut aus es sieht sehr sehr vielversprechend aus die große der karte ist immens highlights natürlich dass es in paris schon so groß ist dass paris die größte stadt insgesamt halt auf jeden fall auf der ganzen karte darstellt und natürlich gibt es wohl auch zwei busbahnhöfe direkt also das ist gab sonst in keinen anderen in keiner anderen stadt in paris ist es jetzt nur möglich zumal auch noch ein neues feature mit dazu kommt dass wir sogar eine bushaltestelle unter der erde haben ja also das ist vielleicht auch für den einen oder anderen sehr interessant ihr seht es blauweite natürlich paris und das ist halt wirklich mega mega gigantisch geworden also das ganze wird einfach noch mal um das doppelte aufgepäppelt es gibt noch keinen release termin es gibt auch noch keinen preis dazu da will man sich später zu äußern weil das ganze natürlich jetzt so stattfinden soll da werden wir euch dementsprechend natürlich auf dem laufenden halten und das nächste er dann was natürlich für schon angekündigt worden ist wird es jetzt für den fernbussen monate und den tourist passen monate erscheinen so handelt es sich hierbei um den mann lions intercity bus wird es jetzt auch wie gesagt für die beiden besagten simulatoren erscheinen soll als payware addon ja was soll man dazu sagen ist jetzt natürlich kein original also das ist jetzt natürlich ein originalbild ist jetzt natürlich nicht aus dem spiel jetzt heraus kopiert oder sowas denke mal in der zweiten folge wird ja dann komplett vorgestellt werden wir werden euch dementsprechend auf den laufenden halten aber ihr könnt auch selbst gerne mal bei thema ist du das vorbeischauen und jetzt haben wir zu guter letzt natürlich noch was hatte euch ja was von der br 485 erzählt die für den train simulator 2019 erscheinen soll ein neues bild ist aufgetaucht im internet und wir sehen hier ein vollwertiges dashboard von der br 485 oder der dr 270 und hier muss man ganz ehrlich sagen also was hier für arbeit drin steckt ist phänomenal ich kann mir eigentlich bei besten will nicht vorstellen dass das ganze nachher kostenlos wird weil das geht schon so sehr ins detail rein wenn man sich das ganze mal so anschaut ich bin mega gespannt wie das ganze im endprodukt natürlich aussieht wir werden euch dementsprechend natürlich auf dem laufenden halten aber wir also ich persönlich freue mich tierisch auf dieses auf diesen zug ja dass das kann mit berlin s25 einfach nur super werden und damit sind wir dann auch schon am ende der news angekommen ihr seht ist es nicht ganz so viel aber wie gesagt wir steuern halt immer noch auf ziel gerade games kommen zu ich denke mal ab da werde ich dann auch wieder genug zu tun haben wenn das ganze jetzt hier so weit anschlägt aber das war es auf jeden fall diese information die ich jetzt herausgefunden habe wenn ihr natürlich noch neue sachen habt schreibt sie in die kommentare vielleicht informiere ich mich da mal und dann kann man das ganze dementsprechend noch nachlegen aber natürlich bedanke ich mich auch wieder für euer feedback in der letzten folge und natürlich in die letzten folgen das war einfach nur großartig wie gesagt ich kann ich halt immer wieder nur an der stelle sagen dass es mir dadurch mega mega viel spaß macht hier mich hier mal so ein tag hinzusetzen und mal so ein bisschen in das internet zu durchforsten über neuigkeiten rund um die uhr und euch diese natürlich dem dementsprechend hier vorstellen kann damit wie gesagt vielen vielen herzlichen dank für euer feedback und sonst verabschiede ich mich jetzt sage danke auf jeden fall fürs zuschauen lasst ein like da und sonst sehen wir uns zum nächsten öpnv news hier hoffentlich doch wieder bis dann nie tschüss